Yo Leute, was geht? Wir sind ein bisschen ranket-schmanket auf dem Main unterwegs. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich werde einen Bruiser Rangar spielen. Das Gegnerische Team ist sehr hässlich für Assassin Rangar. Er kann Amos decken. Er ist so ein Huren-Champion. Zillian-Ulti, sowas soll ich da töten. Elise kann eh machen. Und er ist ein Stein. Yo! What are you doing? Fängt der unten an, um mich zu mirroren? Ich mag das gerade gar nicht. What the fuck? Ah, cool. Korrekt, dass die meine Scheiße wurden. Ich laufe jetzt aber auch sofort zu meinem Rapper, Finn. Oh, die Bombe könnte eigentlich nützlich für mich sein, dass er sie da drauf geplaced hat. Jetzt müssen wir schauen, dass Elise uns hier nicht irgendwie böse abfängt. Aber ich glaube nicht, dass ich gegen Elise so verlieren sollte. Oder dürfte, wenn ich ehrlich sein soll. So, wir gehen danach auch direkt zu unserem Blue hin, Leute. Denn es kann sein, dass er zuerst sagt, Ey, yo, komm, er ist von meinem Red zu seinem Red rübergegangen. Dann gehe ich von meinem Blue zu seinem Blue hin. Okay, warte mal, ist hier überhaupt ein Game? Okay. Nur mal trifft der Silphman seine Bola. Oh mein Gott, war das clean gespielt von mir. Oh mein Gott, war das clean gespielt von mir. Hier war mir die zweite W eben nochmal auf. Ich weiß nicht, ob Silja noch hier ist. Aber ich weiß nicht, ob er Krabbe gemacht hat. Mist, ich hätte basen sollen. Scheiße. Jetzt zu basen wäre so viel smarter gewesen. Ich glaube, ich checke die Krabbe trotzdem nochmal eben ab. Oh, sexy. Ja, sie ist unten. Aber das ist jetzt auch mein Tier am Ort. Das ist natürlich auch sehr lecker. Ähm, ich weiß nicht, ob mein Team outscaled. Okay, er outscaled oben auf jeden Fall. Ich würde leider gerne, ich würde gerne auf der Pink Auto warten. Aber dafür habe ich leider gerade keine Zeit. Hier, die nächste Spot, die nächste Spot. Aber will er jetzt den? Ja, will er nicht. Okay, er spielt aber mit Teleport. Äh, what? Äh, what the fuck just happened? Lass mal hier nochmal eben unsere Fero mitnehmen. Okay. Ich werde mich um oben kümmern. Fokus on top. Ich kann ihm halt echt nicht helfen. Okay, eigentlich sollte ich nicht aus dem River... Okay, der geht e-base. Der geht e-base. Ich habe zwar keine Prios. Mal, lass mal hier ein bisschen Pressure aufbauen. Oh, oh, sorry. Äh, 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 die noch selbstverkommen. Äh, wir sind gerade Elise in der Mitte. Ich weiß jetzt nicht, wo ein Elise vorhat, hinzugehen. Ich kann mir vielleicht denken, Toplane. Ah, fuck. Ich wusste es doch, dass sie denn hier ist. Ah, cool. Cool, cool. Wow, das war sogar echt super worth it. Das war super, super worth it. Elise, Broadside, Inc. Das ist ja nur R. Elise, nur F. Ähm, ja, wir werfen mal Early Mercs rein. Wo ich irgendwie jetzt noch weiterbaue. Mal sehen, gehe ich jetzt von... Doch, wir gehen mal zuerst nach unten hin. Okay. Äh, um oben herum zu spielen, nutze ich gerade ein bisschen mehr. Ähm, ich bin zwar sehr stark, Leute. Und dann hat er meinen Red mitgenommen? Ne, hat er nicht, okay. Aber solange meine Botnet schon nur fein ist, reicht mir das aus. Es gibt ein Dingens. Oh. Oh mein Gott, äh, hätte ich... Okay, wobei... Hm, ne, ich mach Blumen, geh dann hoch. Ist aber echt gut. Ich hab Angst, dass Elise oben ist. Ich hab Angst, dass Elise oben ist. Kommen Sie damit hoch? Loll, wait, what? Ah, da wurde ich aber fett gejongst. Ah, nice. Botnet gewinnt auch. Okay. Nice. Das Ding zieht ja jetzt noch gleich sofort auf der Top-Lean. Der wird erstmal richtig leiden, Leute. Der wird erstmal richtig fucking Hardcore leiden. Geht da noch was? Äh, yo, what? So, wir haben den First-Belt-Tower-Totzen bekommen. Oh, nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Ähm, ne, 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 ne. Meine Aufgabe in diesem Game wird es nicht sein. Ah, wobei... Ne, Moment mal, Moment, ich hab ne bessere Idee. Ich lass das so stehen. Äh, ich hol mir Dingens. Ich hol mir Cleaver. Also, ich, ich, ich glaub nicht, dass ich mein Dingens upgrade. Vielleicht später. Aber meine Aufgabe in diesem Game ist es nicht viel Damage zu haben. Noch nicht. Oh, okay. Jetzt komm gut. Ich versuch. Komm her, Junge Easy Ich wusste zwar, dass Elise unten ist Aber wenn Pyke sich da nicht Als Pyke sich da gezeigt hat, wusste ich genau In den Ulti Poppen runtergehen, denn die wollen das dann Oh, sie ist tot, oder? Noch nicht Könnte sein, dass ich gleich verrecke Aber ich will diesen Tower noch haben Mit den ganzen Platten dran Wie teuer ist Cleaver? 2-2 Na, lass das noch eben fahren, dann haben wir unseren Cleaver fertig Oh, warte mal, Elise ist oben Da können wir doch eben schnell Den, 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 den Dingens machen Den Drachen Ey, ist er so ein guter Drache Aber Kaiser wird sich drüber freuen Aber Kaiser wird sich drüber freuen So, jetzt denke ich darüber nach Das Dingens zu upgraden Und den hier Aufs Cinderhulk Ihr könnt euch hier an meinen Runen sehen Ähm, ich gehe hier generell etwas mehr Tanky-Wanky Ne, ich habe Fleet mitgenommen Und Boneplating Dass, falls ich Elise irgendwie Facechecke oder so Dass ich Healthy genug bin Im Jungle Ähm, und auch, dass Wenn sie mich catcht Dass ich sehr viel Damage damit Nur mal ablocken kann Ja, keine Ahnung Ich, ich habe mir am Anfang gedacht Ich gehe, okay Ich gehe vielleicht eher so mit Spiele ich mit Conqueror Ähm Dann habe ich mir gedacht Alter, ich habe eigentlich genug Damage im Team Und irgendjemand muss die Scheiße engagen Da gehe ich lieber halt ein bisschen mehr Tank Wisst ihr? Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt Was hier gerade passiert Ah, nice War sehr gut, dass ich darauf gewartet habe Dass die Dingens abläuft Die, äh Silian-Ulti Ich habe nämlich auch darauf gewartet Und dass ich dann selbst reinspringen kann Aber ich pushe oben nochmal eben aus Denn ich kann Als Dränger kann ich Äh, bei Sieges ohne und sie eh nicht viel machen Sie impressionen wir hier oben einfach mal So, so Elise hat da halt zum Beispiel Viel mehr Möglichkeiten als ich Wisst ihr? Ja Deswegen halte ich sie lieber fern Ich meine, sie kann Kokon werfen Auch wenn sie Relativ behind ist Würde ich jetzt mal sagen Okay Ja, wobei sie ist? Ist eigentlich fein dabei Mal sehen, wie sieht's denn aus? Wie teuer ist es hinterhalb? Kann ich es mir leisten? Ja, kann ich So Ah, so viel Bonus Gibt es noch gar nicht, ne? 105 Okay, ich muss auch sagen Vielleicht jetzt nicht unbedingt die Ich weiß jetzt nicht, ob ich tief halten möchte Ich kann halt echt Ich weiß halt nicht, wie stark ein Swain ist Ähm Ich will nicht sagen, dass es bad ist oder so Ich kenn's halt einfach nicht, ne? Okay Er hat da vielleicht ein klein wenig übertrieben Nice Oh Oh shit Oh shit Okay Lass mal nachschauen Warte mal Warte mal, ich kann hier noch stayen Ich hab Rap auf, der mich healed Ich hab Ocean Dragon, der mich healed Wollen wir lieber Drache machen? Ah, Spide ist fein actually Denk drüber nach Ob ich mir nicht jetzt dafür extra Den hier hole Irgendjemand soll sich den Blut nehmen Okay, meine Kaiser ist gut dabei Das ist immer wichtig Was ist das? Bami Sinner into Ludens? Okay Haben wir gesehen, wo sie hingebordet? Hat sie eine Ward? Oh, das, ja Der ist free Der ist gigafree Vielleicht kann ich mir das Smile sogar sparen So Aber Leute, ich liebe solche Games, ne? So Es ist egal, ob wir dieses Game verlieren würden Jeder gibt hier sein Bestes Mehr will ich doch gar nicht So So mehr will ich nicht Kann es sein, dass ich viel schreibe? Klar, aber hey So Ich gebe dem Team wenigstens eine Richtung, ne? So So, und wenn wir verlieren Hat er Hat er halt das bessere Team gewonnen Ich hätte jetzt sagen Wenn wir jetzt verlieren Hat er halt das bessere Team verloren Die sind aufpassen Von dem Engage Genauso Ich will nur die Records aufhalten Nice Oh, das hat sich so gelohnt Oh Wow Smurf Oh Ich lebe, ich bin auch ein Smuff, GG, 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 Leute Okay, halten wir uns nochmal eben kurz hier hoch Leute, mein Team besteht gefühlt aus vier LCS-Spielern Fünf LCS-Spieler sind wir Na, ich hole mir Visage als nächstens Warte, er baut AP Ist er behindert? Er ist vier AP-Champions Ich werde mich sonst nicht stören, für mich ist geil Ich wollte mir sogar so Visage kaufen Und ich habe mir schon ein bisschen Sorgen darüber gemacht Ob ich nicht vielleicht später ein bisschen wenig Amor habe Problem gelöst Okay, Boys, da gönnen wir uns Ey, ich hasse solche Games, ne? Mein Team spielt voll gut Wir kriegen wahrscheinlich unseren zweiten Infernal Dragon Und ich gehe Tank So, und wenn ich Assassin gehe Drei Clown Drachen Ich glaube, ihr liest es hier, oder? Ha, ich habe es doch gesagt Ihr wollt mich trollen Sagt hier der Paladin Wie geht es denn? Was will ich Execute, man? Ich hoffe, er verregt nicht Er ist fein So, Leute Seriously Ich kaufe mir jetzt noch Warmox Und dann noch Titanic Oh, scheiße Was ist denn da los? Die sind alle nicht da Die sind alle nicht da Die können wir die Scheiße Können wir jetzt ganz verbinden Wie ist es, meinte ich 800 Okay, nochmal eine zweite Pink kaufen Noch ein Tank Potion Dann Bruder muss los Alter, bin ich stanky Bin ich stanky wanky Okay, ich bin mal wegen Warmox Jetzt echt nicht ganz sicher Adaptive Helm? Lohnt das sich? Ne Es gibt ja kein Champion Wo man sagt Oh, doch, gegen Malph Sunfire Gegen Elise Spinnlinge Oh, Silanbomben Hä, das ist lang genug Für Silanbomben? Oh, man Den hätte ich gerne gehabt Das Peik ist ja Das ist fine Das ist fine Also was heißt Das ist fine Also Stört mich jetzt nicht so sehr Ich muss halt Eh nicht viel machen Außer ein bisschen Zu lutschen Der ist tot Sehr schöne CC Chain Ja, moin Ja, moin Sagen, die Leute machen's Cool So Keiner hat rumgemeckert Egal ob etwas gut lief Oder nicht Sondern Man hat immer versucht Darum zu spielen Zu gewinnen Und das ist für mich einfach Auch wenn man verliert Das Beste an Leuten Das Beste Deswegen ist noch viel gechillt Damit in einem Team zu spielen Also mit 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 Vier Freunden Oder so Aber ja, Leute Das war's auch noch von mir Ich glaube, ich bin wieder Master-Promo Oder? Mal wieder Das 20. Mal Ne Neun Uns fehlen zwei Punkte Uns fehlen zwei Punkte Ah, Big Eggs, Leute Ich bin dann auch erst mal weg Tschö, tschö Hau dir rein Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal